Wir machen jetzt einfach eine Runde noch schnell zu neunt und dann die Mio, die installiert währenddessen in den Patch, äh Quark in Mod, und dann spielen wir wieder zu 10. Juhui. Let's go. Super, ich klicke einfach auf Play. Vielleicht bei Elm, wenn die U hier wieder Sheriff wird. Die ist jetzt tot, wenn ich im Poster bin. Mute. So ein Snitch bin ich hier. Das ist doch hier nicht, das ist doch nicht wahr. Der Snitcher. Äh, wo hab ich mein Task, hier hab ich mein Task. Donut Task. Was kann denn jetzt schon noch gleich, ich hab's mir gerade durchgelesen. Irgendwas kann der... Achso, wenn der andere sein Task, das war's. Wenn der andere sein Task gelegt hat, sieht er den, kriegt er einen Pfeil, der auf den Imposter zeigt. Und wenn er seine letzte Task hat, ist er für den Imposter, für den Imposter sichtbar. Kriegen die Imposter einen Pfeil, woher er ist. Oha. Das ist eine gefährliche Rolle. Weshalb komm ich denn hier raus? Nein. Lass mich. Ach, Mann. Bei 20. Ich will mal die Snitcher ausprobieren. Nicht kehlen, bitte. Sehr schön. Ich nehm die da vorne. Nein! Ja, das war wohl nix mit Snitcher. Sein, das geht auch, wenn ich tot bin. Ich mein, die Elementarskern lehre ich auch weiter hin. Er liegt in der Tür zu, ähm, Security in der Hall of Portraies. Okay. Okay. Dann würde ich mal, ähm, Andy und Phil ausschließen. Die sind wenig, die ganze Zeit in Records, Cargo B und Medicland. Genau, also ich war mit Andy und Phil zusammen. Andi ist dann von, ähm, von Electronic zu Security, denke ich mal. Äh, und, äh, ich bin dann andersrum. Und, ähm, ja, schon so liefen aber auch auf der Seite die ganze Zeit rum. Ja, Josh habe ich kurz gesehen, wie er Müll gemacht hat. Ja, ich war gerade so ein bisschen halbwegs Brain-Ive Car. Genau, und der stand eine Weile in Electrical rum. Und, äh, genau. Dass er gerade irgendwie, keine Ahnung, das Leben überdenkt. Ähm, okay, das heißt, wen haben wir noch nicht gesehen? Thomas nicht gesehen? Thomas, warum hast du den Kill gemacht? Da, mit Zwergi? Ja, war mal so. Ich habe ja gesagt, dass ich nicht so gehen. Ne, finde ich okay. Ich stand halt so lange hinter den Kameras rum, dass ich abschlafen habe. Achso, okay. Äh, ich stand soeben dreieinig Sekunden an den Kameras und habe da einen Kill gesehen, also. Ähm, okay, haben wir irgendwelche Infos? So wirklich. Mir kam da jetzt auch niemand entgegen. Okay. Das ist jetzt mal ein Vorwurf hier, das ist, also, das ist, als ob ich Kleinkindern den Lollipop klaue hier. Echt, echt. Das ist Liz. So viele Vorwürfe hier, das lasse ich nicht durchgehen. Das ist hier. Ein Silberliss. Der ist doch ein Scam, der ja hier den Kleinkindern den Lollipop wegnimmt. Das ist doch hier, das. Sie ist selbst hier. So, ich glaube, ich habe eine Task. Ich mache meine Tasks. Wie schaue ich da mal? Vielleicht sehen wir dann sogar den Effekt. Ich habe einen Fallkrieger auf den Impostor. Können wir mal das in Char spielen. Sehr schön. Ich habe noch eine Task. Duschen. Ein Geist, der duscht. Ist sehr interessant. Jetzt bin ich ein sauberer Geist. Ach, verdammt. Das hätt ich ganz schnell gemacht. Ich bin ein fucking Idiot. Ich kann das schnell machen können. Es liegt eine Leiche vor Security. An mir läuft eine fucking graue Bohne vorbei. Und ich drücke den Drecks-Report-Button, anstatt einfach zu warten oder der grauen Bohne hinterher zu laufen. Der nämlich offensichtlich nicht die Leiche reportet hat. Also Phil war gerade oben beim Meetingraum. Ja, Julia kann ich auch rausnehmen, weil sie ist nach oben gegangen, als ich von oben runter kam. Genau. Wo ist der Rest? Küche. Ja. Wo ist Josh? Ich bin ein Viewing-Deck gerade. Ich bin gerade durch die Küche durchgelaufen, habe aber da keinen gesehen. Ich, eine Sache möchte ich fragen, die ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Sorry, ich bin voll Blade-Alfgang. Warum rotet ihr so schnell? Ähm. Was gibt mal sie? Thoram ist Engie oder Impostor? Haben wir das schon geklärt? Weil der Vent hat andauernd neben mir irgendwie. Ich hab zweimal schon gesehen. Okay. Ja, ja. Hatte er das schon gekauft? Ich muss mal wissen, was Ninja überhaupt nicht ist. Nee, noch nicht. Ich hab nur gewartet, wenn der erste, äh, was sagt. Okay. Ja, würde ich mal gewartet. Aber ich bin Engie, ja. Also ich, ja, keine Ahnung, ob das bist oder nicht. Auf jeden Fall Vent hat er andauernd. Ja, weiß ich nicht, aber der Impostor ist nicht. Ich bin, ich kürze durch die Vents ab, ja. Ja. Den Impostor haben sie als Verräter übersetzt ins Deutsche. Die anderen müssen alle laufen. Oh, Julius 18. Wo ist denn Thomas überhaupt? Das klingt falsch. Das klingt sehr falsch. Das klingt jetzt wirklich sehr falsch. Ich lage mich gerade echt, weiß. Ich skippe auch mal. Geh doch runter und wau. Hm. Okay. Das ist schön. Oh, Mann. Hoorah, Julius 18. Das klingt sehr falsch. Die Tars hat immer noch den Bug. So, hier noch ein Tars, ganz viel Tasks hier oben. Heute. Soll ich sonst noch Tasks? Warum wird man dann der Impostor nicht angezeigt? Ich muss doch noch Tasks haben. Das ist bei unten wo. Und da ist das nur als DM-Darsnitch. DM-Darsnitcher. Das ist der Liss. Verfolgen wir ihn halt. Scheint so, als hätte ich meinen Tasks. Fertig. Also funktioniert das nur als DM-Dar. Ich kann weit hinaus. Über den Wolken. Ja, es tut mir leid. Okay. Ich war gerade mit Phil im Records. Geh einen Schritt von ihm weg zur Tür. Auf einmal ist er tot. Warum sagst du jetzt, es tut mir leid? Hast du ihn umgebracht? Nein, weil wir alle grau sind. Und du instant-reportet hast. Also bevor es grau wurde, habe ich Josh bei den Lifelines gesehen. Ja. Thomas kann ich auch rausnehmen. Ich bin alleine am... Also, das Einzige, wo ich jetzt sagen könnte, okay, kann passiert sein. Phil stand soeben mit Chanel an Lifeline. Und danach sind wir direkt zu Records gerannt. Weiß ich halt nicht, ob der Zeitraum jetzt passt für den Biss. Ist dir sonst noch jemand entgegengekommen? Nein, wir waren die ganze Zeit alleine. Hast du nicht gerade gesagt, irgendwer ist oben reingelaufen und hat ihn umgebracht? Ich weiß nicht, ob er jetzt am Vent in der Nähe stand. Ich habe nur den Button plötzlich gesehen, als ich zur Tür bin und habe gedrückt, weil ich dachte, jemand steht an der Tür und habe dann gesehen, dass Phil tot ist, der gerade noch neben mir stand, quasi. Hast du sonst in den letzten 10 Sekunden irgendwie gesehen? Die letzte, die ich gesehen habe, war schon an den Lifelines. Ja, weil ich nicht schon länger wie 10 Sekunden her. Das meine ich ja. Also, ob dir in den letzten 10 Sekunden jemand... So, und der Rest der Türen war zu. Da muss es ein Landkill gewesen sein. Bei den 6en Sekunden. Ja. An Records, okay. Also, das Einzige, ziemlich am Anfang der Runde ist mir Thomas in Armory und Kitchen begegnet, das weiß ich. Thomas ist dann zum Kitchen nach rechts gelaufen und dann noch zum Jürgen Deck. Also, wie gesagt, Thomas würde ich momentan auch für das halten. Das ist der mit Liz und Josh, wo seid ihr denn? Ich bin immer noch Karo im Deck. Wie gesagt, Joshua kann ich zum Teil rausnehmen, ich habe ihn in der Lifeline gesehen. Korrekt, da war doch keiner tot. Dann bin ich in Karo zum Trisor gegangen. Kann das jemand bestätigen, weil der ist ein Vent zum Record? Ja, kann ich bestätigen, weil ich war im Vent. Ich bin zwischen Karo Bay und Showers hin und her gewendet. Ja, ich auch. Oh, ein Selfie-Post. Das war... Wahrscheinlich ist es ein Joker. Oder ist Jester-Spray? Nee, ist es vorbei mit Julia. Stimmt, sie war halt ein blöses Kind sein. Wow. Dann nehme ich keine Unterlust. Ich habe tatsächlich meine Tasks erledigt. Wie könnte das sein? Wie bist du gestorben, Josh? Das ist keine Antwort auf die Frage. Das ist jetzt schon irgendwie, aber es ist keine Antwort auf die Frage. Er hat gefragt, wie. Ich wollte auch noch mal anmerken, hier. Ich habe es schon mal angemerkt, aber hier stehen 10 Ketchupflaschen. Eine Senfflasche und zwei Mayonnaise. Das ist Senfhater. Es gibt wohl nicht so viele Senfhörmögen. Ich meine, das stimmt vielleicht, aber es ist... Uff. Die Coco. Coco Channel. Was macht die da? Der lässt es gedrückt. Hallo. Hello. So, ich habe gesagt, ich bin jetzt einfach mal so 30 draufdrücken, weil wir jetzt bei... Ach, wir hatten bei 6 jemanden gewordet. Ich bin ein Idiot. Wir hatten bei 6 jemanden, wir hatten bei Julia gewordet, okay. Gut, ich dachte... Ja, aber sie war ja... Ja, sie war Kind eigentlich. Ja, okay. Also sie kann auch böses Kind sein, genau. Genau, aber ich würde trotzdem gerne noch mal quatschen. Einfach nur, um noch mal irgendeine Option zu kriegen. Also du bist jetzt sicher, dass der Thoram Engie ist, Josh. Hat sonst jemand den Thoram Regeln? Nö, ich habe ihn nur wenden sehen. Also ich habe ihn zweimal wenden sehen. I don't know. Ich habe ihn jetzt eben gerade wenden sehen. Da ist er aus der Küche rausgekommen, aus dem Vent. Okay. Okay, ich wüsste auch nicht... Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt auch... Ich habe tatsächlich keinen Thoram Regeln. Ich glaube das im Prinzip schon. Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, ich bin so gut, wie niemanden begegnet in den letzten zwei Runden. Aber ich finde den Julia-Vote so weird. Ich fand den auch weird. Ich verstehe, ich habe nicht begriffen, warum gerade drei Leute Julia gewortet haben. Ich meine, die ist als Kind die ganze Zeit rumgerannt. Die Wahrscheinlichkeit ist im Badge halt, das ist super gering. Das heißt, ich würde fast davon ausgehen, dass da zwei Impostor waren, die das gewortet haben. Vermutlich, aber wer war der dritte? Der dritte war ich. Okay. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wer hat gewortet? Weil ich habe sie nicht gewortet. Na, Thomas hat gewortet. Oder haben wir einen Mayor dabei, der zwei Stimmen hat? Das kann ich... Wir haben es falsch gelesen. Die Frage ist, wer? Nee, nee, die hatte schon drei Votes. Hatte das nicht gestimmt? Ja, sie hat schon drei Votes. Der Mayor kann ja zwei vergeben. Genau, die Sache ist, keiner antwortet mir gerade, wer sie gewortet hat, bis auf Thomas, der sagt, der hat sie gewortet. Aber sie hat drei Stimmen bekommen. Ja, und beide. Und deswegen sind hier offensichtlich nur zwei Impostor unter mir. Das heißt, keine Ahnung. Amoners. LOL. Okay, das ist... Der Team Impostor ist Amoners. No one was ejected to tie. Ja, kleiner Geister-Spaziergang durch die Map. Ich habe schon ewig Man-Tasks fertig. Da können wir den Impostor mal zuschauen. Was macht er da? Was macht sie da? Von Türstehlen. Dann gebe ich ja einen Impostor. Ich kann den in der Tür festhängen. Ist ja auch seltsam. Als Geist. Sowieso die Frage, warum der mir als Geist noch folgt. Das ist, ich meine... War das nicht so, dass die einfach... Dass die sterben, dass die dann auf dem Boden sitzen und... Und nicht mitkommen? Ist das ein Bug, oder? Der Geist... Der Mini-Kommate... Das ist ja ein Mini-Kommate-Ersatz. Ist ja eigentlich... Der müsste jetzt eigentlich irgendwo rumliegen und... Warum habe ich noch einen Geist? Warum habe ich noch den... Und noch den Twitch-Button hinter mir? Yay! Ja, what the fuck? Ja, wir haben auch Zeit. Ultra schlecht war er. Ja, Julia. Julia war es. Ich war es mal sowas von gar nicht. Den Vote, ey. Es war so klar, dass wir... Wir haben eigentlich... Aber die Frage ist, dass wir das trotzdem gewonnen haben, ey. Ich weiß ja nicht mal, wer mein Name war. Und der Toran, der den Josh noch so safend tut, wie ich mir dachte, das muss doch jetzt ein Wenn Kittel gewesen sein. Wenn Kittel gewesen sein. Es ist, ich weiß nicht, wir sind nicht mal gehört. Vielen Dank.